noch ein gruppenspiel steht an in diesem vorbereitungsturnier und das war doch schon ganz ordentlich was sie bisher gezeigt haben gute frühform der startschuss für ihre dritte partie in dieser gruppe ist erfolgt es gibt ecke ecke kommt rein schwach naja da ist der ball versprungen da hat auch die technik nicht gepasst ungefähr weg ist der ball schussversuch etwas tiefer und der ball ist drin warte mal ab wie sich diese umstellung dann im spiel aus schöner pass was für eine dramatik hier das ist der treffer zur führung und wahrscheinlich auch zum sieg mit einem knappen sieg gehen sie aus dieser partie hauptsache gewonnen werden sie sich denken das war gut was er heute angeboten hat hat er das spiel entschieden mit seinem späten treffer das ist natürlich das entscheidende aber